Hallo, ich bin die Katharina Nalik, die amtierende Miss Vienna und meine besondere Eigenschaft ist, dass ich mit meinen 18 Jahren doch schon sehr viel erlebt habe. Mit 14 habe ich ein Austauschjahr in Malaysia absolviert, habe die Amtssprache gelernt. Letztes Jahr habe ich mit ausgezeichnetem Erfolg maturiert, jetzt studiere ich Umwelt- und Bioressourcenmanagement. Ich war schon international als Model unterwegs, in Singapur zum Beispiel. Du ernährst dich recht gesund, was steht denn auf deinem Speiseplan? Es kommt ganz darauf an. Also im Prinzip schaue ich schon darauf, dass ich mich sehr gesund und vor allem nachhaltig ernähre. Ich bin seit sieben Jahren Vegetarierin und wenn dann etwas wirklich Wichtiges ansteht, zum Beispiel die Miss Austria-Wall, dann schaue ich, dass ich so zwei Wochen davor richtig brav mich low-carb ernähre, nur gute Fette zu mir nehme, viel Ausdauersport mache und dann färft das schon. Wie viel Sport machst du in der Woche? Es kommt ganz darauf an, auf was ich mich vorbereite, aber viermal ist mein absolutes Minimum.